Behezer Hashem, Yerushaum eShviyyaz Dafnun Ches, Mishten Dafnun Zaino mit Beis. Die letzte zwei Shure ist Tonni. Die Stückele Breise hat das Shaykh, es mit aShure, was wir mit Lehan in Mishne. Gedei, es ist an Mishne und Zaino mit Alef. Die dritte Shure in Mishne gestein an Azoy. Lul vei ha'ilo, va'abutno, va'atadoym. Das ist drei Sorten, das ist ein Sorten Eitzim. was die Saut es hatten sich Lulwim mit Alem Lulwim ist mehr da immer zu der Achelik von dem Gewichts und auch da immer die Blätter lach das was er gestanden da unten dass die Lulwim einlehnbio und der Alem jeslehnbio und ich erinnere mich wie bald dass die Lulwim bleibt auf dem Bäume was er wird hart und so bleibt in allemal wie bald dass er bleibt in allemal und es ist einlehnbio was er wird keinemannisch nelem von der Gaste da fich aus es ist einlehnbio von der Stuh aber der Alem um jubio wie bald dass er fallt erop nämlich schon gesagt dass er nicht mehr wie er es ist was er steht dort in der letzten zwei Stuhl es gibt Zechon mit Israel in der Lulwim da unten steht Aferde Min Christ von Eilof Butne von Atodin da unten steht noch azach es steht Eidol oder Edel ein Daled Lamed Aferde Min und selber Luchas der Lulwim einlehnbio und der Alem jeslehnbio der Rache der Rache der Rache der Rache der Lier als der Sibir was unser Mischner ist der Mann der Ferde Min ist was unser Mischner noch gered wegen der Was ist Eidzim und der Sort ist mehr Yerex das Däumen zu Tznoin der Lulwim der Lulwim einlehnbio und der Alem jeslehnbio der Rache der Rache der Rache der Rache der Rache von Eilof und der Rache und der Kulon das heißt die alle die Lulwim die Alem von dem Min sche nicht ne so Mischischis des Schwies nicht ne so Mischischis des Schwies meint als es Melawle gewinnt der Channot von See ist gewinnt das sechste Jahr und später das reingewachsen das sechste Jahr das Mamschach gewinnt zu wachsen beschwies und man hat die Lekitte beschwies werde ich schreile was ist da ein Loch von dir gewichst das heißt so hat Schwies so hat die Sorte was der Channot beschwies und der Lekitte beschwies schischis mir geht es an den schischis weil mir sagen das hat den also wie Eilon und bei Eilon geht mir was der Channot aber der hat das nicht geduch das Schwies und schreile mit der Meist schreile die färde min er tag nicht kein Eilon und es geht mir bei einem Busser Lekitte das ist der alte Klo bei Ilan geht man Busser Hannote und bei Jere geht man Busser Lekitte ist da so zwischen die vier mine die erste drei sind Begehrde von Ilan und der letzte Begehrde von Lekitte von Jere Busser mit Aleph die die Busser ist sehr stark die Stipe hat geschrieben in Pidush auf dem die ist so das ist in Rashi Lero und Chasenisch aber man lernt mit seinem Gang da also die Busser sagt die Gemohre mit Aleph Raba Wobish in Busser hat gesagt Lest kann Mishish ist wie Shish das heißt Sator Goyre sein also wie uns am Goyre es gewinnen also es geht her Mishish hat Dimpun shish es Nein er lo shish man darf goyre sein anders das ist die breit der word shish 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 also kuno shish 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 wo so der shish is shish shish there man on und geben die Mischischis, hat noch ein Demos Gomanisch getrachtet, was wir noch essen. Das ist nicht ognet, wenn man gegangen macht an der Kite, erst Demos hat ein Demos getrachtet. Kommt aus die Machschove, ist gewähnt es, bitte. Die Machschove ist es, nicht dass er hat es, dass es nicht ognet sein. Also einfach so, es sei der Kite, und sei die Machschove, ich gewähnt es, bitte. Die Machschove ist die Chanotte, ist die Chanotte auch, ich gewähnt es, bitte. Von dem, die Trabobische Merklinge geteint, und kasselche nehmen Sachen, die nicht ognet, und sorgen, die Lauf-Lauf, dass ich die Kivea, und welche Yosei gehe. Und also ich sage, die Amor, auf Atheim, und erklärt in der Rasse, Hatshiyo, 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 Zheyza, Hatshiyo, 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 Is die Zohurton, und ob sie wächst in der Gino, in der gesunde Plätze, in der schonmordige Plätze, dann muss sie das auch mit dem Machel oder ob sie in der Chotze in der Moschel. Da wird man, dass sie gewachsen in der Sode. Aber wo sie der Mensch getan hat, hat sie noch eingebringt in der Chotze, dass sie die Werte, die will in der Chotze, hat sie eingebringt in der Chotze, was jetzt ist gewohnt, stammt in der Machel, und noch damit er gemacht hat der Lekite. Es ist sehr weh, sie war Kurnis, was hat gewachsen in der Jor Fahre. Und noch ist es schon, wenn er getan hat, wo sie das reinbringen in der Platt, was macht das, das ist immer in der Achille. Es ist so wie der Machchowel in der Achille. Aber es ist geschehen, wenn ich komme in der Jor. Aber wir gelernt haben, unter Wort aber, wir nehmen es auch raus. Ich möchte es schnieren, ich nehme es an Schlishis, Schlishis. Okay, das war sehr gut. Wir sagen, als er gehört zu der Jor, was hat er getan hat, die Puhle, was stellt er weg als Meichel. Das ist der Geschmack. Es gab, die größte Rony, in der Friede, die war bis heute, aber wenn sie gewöhnt, dort hat man vielleicht nicht mehr, wie wir haben heute. Aber wir wollen das, das ist so, immer noch mit Leitze. Aber heute, du machst so, wir gewöhnen noch ein Schlishon. Und du machst das Puhle, so lebst nach dem Achille. Wenn du es gemacht, keine Puhle, du stellt es zurück auf Achille, die Dine bekommt. Denn das Sand ist der Achille, die bereist, allein zuführt euch, mit Schlishis, die Schlishis, Schlishis. Also, heute passiert es zwischen dem Sechsten und dem Siebten Jahr. Und weiter, das geht, Rachtler, Meichel, beschnass, das ist genommen, zu der Chot, beschnass, und machte, die Kitte, beschwies, oder dem von Schlishis. Es ist noch vorn, man geht, zu der Heilig von uns, zu gewöhnen uns, von die Bereise, vielleicht die Gimora, also der Chöre, der Astiere, in die Bereise, allein, man geht mit der Friede, und man geht mit dem kommenden Jahr. Hochart, Mone, der Chöre, das heißt, in der Zweite Dimm von der Bereise, das heißt, also es ist gesagt, es kommt an den Schischis, und in der Reise von der Bereise, und hier hat man, der Kumei, das allein, erst muss man sagen, es ist einfach, mit dem Fregung von der Bereise, aber nicht kennen, sondern es ist das, das ist der beste Preis. Aber man geht, jetzt ist es wirklich, dass er klappt. Schlishis, jetzt man nimmt, der Reise der Worte, Schischis, wenn das nicht beherrscht, dann kommt man so, schlishis, einfach, wenn man ein Meister, schen, wenn man ein Meister ist. Schwieze, wenn man ein Meister ist, kolleg, und das ist, wenn man ein Meister ist, so, wenn man ein Meister ist, das ist ganz, das ist das Erschens, das ist das Erschens, das ist das Ersche ist, das ist das Erschens, und das kann ich auch nehme, also, das ist das hahaha, dann habe ich mich ein Schönes, das ist das Besonderes, das Du, das Skliter, also, ich finde, das könnte, woanders, das knappe Tommy Twistot, das 소개 Rache des Schniejs. Also, ein Meister nicht mehr Rache, wenn man ein Meister hat, das ist, und größer nach Kiminnen von Dänien. Weil da, alle Millionen sind ein paar von Meistern, oder Meistern, oder Meistern. Das ist ein paar Meistern, aber es ist ein paar Meistern. Aber in der Khiuvi Meistern ist da, das ist die Meistern zu gehen. Aber bei der Klinik, wenn man mit einem Tag nimmt, dann kommt man ein paar Jahre, was man geträgt auf ihn. Das ist das Schone, wenn man nicht will. Aber wenn man noch ein paar Jahre, dann ist das ein Dinn von Schlisch. Aber bei Schwieg ist, haben wir schon gesagt, dass man nicht mit dem Dinn, von Schnasa schmiede, wie bald, als der muss wieder sein Porta von Meisters in Gans. Ich wollte mal warten an die Meisters zu leben, die Machschäu. Jetzt, wenn du zwischen Schäden mit Schischi und du kannst mal warten an die Meisters und dann andere Meisters. Aber als du mir sagst, wenn du wieder die Schäden oder die Späder die geschlafen bei uns auf geht und du sagst, dass alle die Meisters das hat man nicht gewohlt sagen. Weil dann, wenn es zwischen Schischis mit Schwies hat man sich gegeben an die von Schischis. Bist du der Hezbo von Dibreis. Jetzt, für das Dibreis was Dikas. Für erst du gesagt amember von Rabbavau. Rabbavau hat gesagt als in der Erste Dibreis was wir nun zeigen mit Beis als er sagt was mit getracht bei Schwies hat adim von Schischis. Man sagt das nein. Onnibdi Omet, Rabbavau hat gesagt was in Bibreis. Also man sagt sich als er sagt was geht von Schischis zu Schwies hat adim von Schischis. Nein, aber was er so mit Schischis ist nicht gön Omet Achille de Halt. Er ist nur noch der Mann Sof wenn du trafst du wirst essen das er geht mit dem später Dibreis 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 Die Antwort ist so. 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 Das heißt, Das ist so. Das ist so. Das ist so.